In diesem Versuch lernen Sie einige Eigenschaften von Spulen und Transformatoren kennen. Diese haben wichtige Anwendungen bei der Erzeugung und dem Transport von Strom und Spannung. Beispiele sind zum Beispiel der Dynamo und die Netzteile im Haushalt, die die Wechselspannung von 220 Volt aus dem Netz auf die 6 bis 12 Volt Gleichspannung herunter transformieren, die von unseren elektronischen Geräten benötigt werden. Im Versuch wird ein einfacher Transformator untersucht. Es wird versucht, den Begriff der Phase bei Wechselspannungen näher zu bringen. Zunächst wird die Phasenverschiebung an einer Spule untersucht. Schließen Sie den Schiebewiderstand in Reihe mit der Primärspule, Spule 1, des Transformators und verbinden Sie sie direkt mit dem Ausgang des Netzgerätes. Das Wechselspannungsnetzgerät wird auf 25% der maximalen Leistung reduziert. Dann stellt man die Spannung an der Spule und die Spannung am Ausgang des Netzgerätes auf dem Oszilloskop dar. Man misst qualitativ die Phasenverschiebung zwischen den beiden Signalen. Beträgt die Phasenverschiebung 0 Grad, 90 Grad oder liegt sie dazwischen? Nun schauen wir uns die Eigenschaften eines unbelasteten Transformators an. Dazu benutzt man Spule 1 als Primärspule und Spule 2 als Sekundärspule. Messen Sie mit dem Oszilloskop und den Multimetern die Sekundärspannung in Abhängigkeit der Primärspannung. Variieren Sie dazu die Primärspannung in Schritten von 3 Volt im Bereich von 0 bis 24 Volt. Zum Schluss belasten wir den Transformator. Legen Sie an die Primärspule 1 eine effektive Spannung von 20 Volt und bauen Sie in den Sekundärkreis den regelbaren ohmschen Widerstand ein. Messen Sie den Strom auf der Primärseite in Abhängigkeit des Stroms auf der Sekundärseite. Variieren Sie dazu den Sekundärstrom in Schritten von 0,2 Ampere im Bereich von 0 bis 2 Ampere. In der Auswertung soll die Phasenverschiebung diskutiert und das Spannungs- und Stromverhältnis bestimmt werden. Daraus lässt sich bei bekannter Windungszahl der Sekundärspule die Windungszahl der Primärspule bestimmen. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020